Einen wundervollen guten Tag zusammen, willkommen zurück zu Kotlin. Heute geht es los mit einer variablen Anzahl an Argumenten. Und zwar mit dem, das ist im Endeffekt ein Schlüsselwort, VARLARKS. Das bedeutet variable Argumente. So, das Ganze hat einen relativ interessanten Vorteil. Man brauchte allerdings Generics und Generics habe ich euch gerade erst erklärt. Deswegen habe ich das so weit in die Playlist nach hinten verschoben. Tut mir sehr leid für die Leute, die es früher erwartet haben. Aber ja, und zwar was man hier jetzt machen kann ist folgendes. Wir können uns eine Funktion definieren, die zum Beispiel ein Parameter t haben. Und dann eben zum Beispiel hier eine Liste ausgeben von einfach diesen ganzen Funktionen. Und ja, das könnt ihr natürlich mit allem möglich machen. Das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Aber was interessant ist, ihr könnt jetzt hier sagen, VARLARKS t vom Typ t. Ja, und das Ganze liefert euch zurück eine Liste vom Typ t. Das ist so ziemlich die beste Anwendung, die mir so spontan eingefallen ist. Und ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Anwendung. Und was jetzt hier im Endeffekt passiert ist, ihr könnt diese Funktion asList mit so vielen Argumenten aufrufen, wie ihr wollt. Und ihr könnt sie auch mit beliebigen Typen aufrufen. Ihr bekommt dann am Ende halt eine Liste, die versucht, diese ganzen Typen irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und ja, wie gesagt, es kann natürlich dann auch vorkommen, dass ihr eine Liste bekommt mit einem sehr, sehr weit oberen Typen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, um nochmal an das Beispiel vom letzten Video zu erinnern, wenn ich da Champignons reinstecke, wenn ich da Mushrooms reinstecke und wenn ich da Onions reinstecke, dann wird das eine Liste vom Typ Cuttable. Während wenn ich jetzt nur Mushrooms und Champignons reinstecke, dann wird das eine Liste vom Typ Mushrooms. Und wenn ich nur Champignons reinstecke, dann eben nur eine Liste vom Typ Champignon. Ebenso der gemeinsame, kleinste, die kleinste Oberklasse sozusagen. Der gemeinsame Teiler, wenn ihr wollt. So, und jetzt kann ich auf meine ganzen T's zugreifen, indem ich einfach schreibe, vor T in T's. Also quasi, ich gehe durch das Ding durch, als wäre es eine Liste. Es ist aber eigentlich genau genommen keine richtige Liste. Und jetzt füge ich das Ganze irgendwie zu meinem Res hinzu. Res.add mein T. Und jetzt muss ich natürlich erstmal das Res noch definieren. Das ist ein Val Res ist gleich eine Mutable List. Wobei, eigentlich, ja doch, Mutable List vom Typ T natürlich. Und zwar eine leere Liste. Und hier fügen wir dann einfach alles hinzu. Und dann geben wir Res zurück. So, und jetzt printen wir das einfach mal aus. Print Res. Und wir schauen uns einfach mal, achso, ich sollte vielleicht nicht Print Res schreiben, sondern vielleicht S-List schreiben. Und jetzt packen wir hier in dieses Ding verschiedene Parameter rein. Also wir können da reinpacken, 42, 1 und 1, 3, 3, 7. Und wir müssen das nicht irgendwie als Liste haben. Es ist völlig egal, wie viele Parameter es sind. Es ist völlig egal, wie lang diese Parameter oder, ja, was für ein Typ diese Parameter haben. Das ist eigentlich super, super cool. So, wir lassen das jetzt hier laufen. Run. Und das sollte natürlich, also das wissen wir ja, dass das einen Fehler gibt. Aber eigentlich wollte ich das gar nicht laufen lassen. So, und ich habe mich hier oben übrigens verschrieben gehabt. Ich habe Mutable List geschrieben. Ich wollte natürlich Mutable List Off haben, wie wir es immer gemacht haben. Und dann sehen wir hier, ja gut, wir haben hier offensichtlich als T's 42, 1 und 1, 3, 3, 7 drin. Ich kann hier aber genauso gut nochmal eine 42 und noch eine 52 rein, äh, 57, okay, von mir aus, reinpacken. Es ist völlig egal, wie viele Parameter ich da eigentlich reingebe. Sie müssen nur alle von einem Typ T sein. Was passiert denn jetzt, wenn ich hier einen String reingebe anstatt einer Zahl? Nun, dann sehen wir folgendes. Wir haben trotzdem das Ganze so da drin. Und, ja, wir bauen uns im Endeffekt eine Liste aus allem, was wir hier reinstopfen. Und, wie gesagt, das mit den Mushrooms und so weiter, das würde ich euch auch noch empfehlen. Einmal ganz kurz auszuprobieren, was das eben soll. Also, was man, wie das funktioniert, wenn ich da einen Mushroom reinstecke, wenn ich da einen Champignon reinstecke und einen Onion, was dann dabei eben rauskommt. Ja, da würde ich euch einfach mal ganz kurz selber ranlassen. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.